Keine Lust nach Puzzleteilen zu suchen? Dann haben wir eine tolle Idee für Sie. Das Magnetpuzzle bietet Puzzlespaß für groß und klein. Sie erhalten alle Puzzleteile ordentlich sortiert in einer stabilen Holzbox. Die verschiedenen Puzzles sind sortiert nach Wildtiere Afrikas, Transport und Tiere auf dem Bauernhof. Beim Puzzlen schulen die Kinder ihre Hand-Augen-Koordination und die Feinmotorik. Im Set Bauernhof-Tiere lassen sich typische Haustiere puzzeln, die mit Sicherheit jedes Kind kennt. Lasst uns ein Pferd puzzeln. Stück für Stück wird das Pferd aus den einzelnen Puzzleteilen zusammengesetzt. Versteckte Magnete sorgen dafür, dass jedes Teil an seinem Platz bleibt. Fertig! Die Beine können sogar bewegt werden. Oh ja, das Pferd freut sich. Das Magnetpuzzle zum Thema Transport enthält unter anderem eine Feuerwehr. Auch hier werden die einzelnen Puzzleteile zusammengesetzt und halten wie durch Zauberhand. Also Magnetkraft. Sehr gut, der Rettungseinsatz kann losgehen. Exotischer wird es beim Krokodil. So gefährlich sieht es aber gar nicht aus. Ihre Kinder mögen es lieber farbenfroh und kunterbunt. Auf der Rückseite der einzelnen Puzzleteile geht es wesentlich verrückter zu. Ein rosa Pferd, ein blau-gelbes Krokodil. In der Fantasiewelt ihrer Kinder ist alles möglich. Auf die Plätze, fertig puzzeln. Weitere Puzzles und Spielideen finden Sie bei uns im Wiemann Lehrmittel Online Shop.